Frau Vorsitzende, Herr Staatssekretär, wenn die Emotionen einmal so sind, dann muss man die Situation natürlich nutzen. Und ich muss sagen, Herr Kollege Kornhäusl, ich kann Ihnen voll und ganz recht geben, ich gratuliere zu all dem, was Sie aufgezählt haben. Die Regierung hat wirklich viel getan, sie hat den Menschen viel gegeben, was sie vergessen haben zu sagen. Sie haben Ihnen vorher dreimal so viel weggegeben, was Sie Ihnen weggenommen, was Sie Ihnen jetzt zurückgeben. Und das ist die unredliche Regierungsarbeit, die wir kritisieren. Sie ziehen den Leuten 200 Euro aus dem Säckl, am anderen sagen Sie, Schatz, wir geben euch 50 Euro zurück und weil wir euch 50 Euro zurückgegeben haben, jetzt müsst ihr alle dankbar sein. Das ist unehrlich, unehrlich.